Also, der Philipp ist im untersten Tunnel, die Jamila ist im mittleren Tunnel und die Xenia ist im obersten Tunnel. Deine Aufgabe, lieber Philipp, wird sein, dass du quasi in den Seitenarmen des Tunnels zwei Sterne abfriemelst, fummelt, knotest, wie auch immer. Und diese dann am Ende des Seitenarms nach oben gibst, wo Jamila schon auf die Sterne wartet und wiederum weitergibt an die Xenia. Die dann die Sterne bitte in ihren Sternenbeutel verpacken wird. Und ganz wichtig ist natürlich auch ganz vorsichtig sein, weil ihr seid natürlich auch nicht alleine. Was, da sind Tiere drin, Sonja? Vielleicht. Insgesamt acht Sterne könnt ihr sammeln und habt dafür zehn Minuten Zeit. Es zählt aber nur die Sterne, die am Ende der zehn Minuten bei Xenia im Sternensäckchen drin sind. Ich hab den Sack. Oh mein Gott, was ist denn da drin? Du schaffst das, Friedrich, richtig nicht auf. Ey Mädels, also das ist alles andere als entspannt. Kannst du mal bitte was aufbauen, was dann? Okay, zehn Minuten Zeit ab. Jetzt. Los, Leute, wir können das. Alles gut. Schön weiter. Ich sehe euch nicht. Philipp, bei dir sind Karpfen und Störe im Becken. Und die Sterne sind genau in den Seitenarmen. Und rein mit dir. Was ist da drin? Da sind vier Wasseragamen drin. Philipp, wo bist du? Im ersten Seitenarm links. Ach so, Leute. Seht ihr Nummern? Die Kommunikation muss ein bisschen besser werden. Philipp, wo bist du? Der ist gerade unter Wasser. Bist du abgebogen, Samila? Abgebogen? Warum finde ich dir keine Sterne? Wer muss in den Seitentunnel? Alle. Ach die Scheiße. Leute, was ist los? Ihr könnt doch nur die Sterne übergeben, wenn ihr im gleichen Tunnel seid. Kann man sagen, dass sie keine Sterne sind? In welchem seid ihr denn jetzt? Philipp, guck nicht immer um. Hört ihr mich überhaupt? Ach, Philipp, du musst deinen Mitstreiterinnen schon auch sagen, wo du dich befindest, was du damit machst mit diesen Sternen und so. Jamila? Ja? Hörst du mich? Ja? Warte, ich gehe nur mal nach dem Rauch. Guck mal. Hast du was? Spürst du mich? Hast du was für mich? Hast du was? Warte. Wo bist du? Guck mal, hier. Oh, Jamila ist im Ring von 15. Wo bist du? Ich sehe hier oben. Und wo bist du? Ah, ja, 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 ja. Wo soll der hin? Nach oben. Wo seid ihr? Warte. Nochmal. Also bei der Jamila sind sehr viele Vogelspinnen. Hast du mir zwei gegeben? Ja. Hast du mir zwei Stücke gegeben? Ja. Super. Fickt euch. Wie bitte? Wo soll ich hin? Ihr macht mich fertig. Wo soll ich hin? Oh Gott. Wieder zurück, Jamila, in den Hauptgang. Okay, dann sag mir, wo du lang gehst, Jamila. Ah! Ganz vorsichtig, Jamila. Scheiße, ich glaube, ich will das doch nicht. Leute, zwei haben wir. Ich habe richtig Scheiße hier. Warum mache ich so eine Scheiße? Äh, das weiß ich auch nicht. Vielleicht sollte man... Ah, hier ist ein Eingang. Ich bin hier, hörst du mich? Ja. Okay, warte mal ganz kurz. Ich hole die Sterne gerade raus. Warte kurz. Warte, warte, warte. Warte. Philipp, bei dir sind 25 Flusskrebse. Muss ich, muss ich, was muss ich... Und bei Jamila ein... Nein, nein, das wollen wir nicht wissen. Das wollen wir nicht wissen. Nein. Oh, ich habe mich angegriffen. Diese Krebse sind verrückt. Halt die Klappe, wir wollen es nicht wissen. Nein. Hier. Ah! Warte. Das war nicht, Jamila, siehst du mich? Nein, warte. Hier. Ah! Guck mal, alles cool. Ja. Hast du? Ja! Was war das? Weiß ich nicht. Okay. Ah! Kann ich zurück? Leute, das sind so kleine Heile hier. Geh zurück, geh zurück. Bei Stehme sind wir Echsen. Ich hasse euch alle. Boah, ich fick. Scheiße! Boah, dieser Fisch, Alter. Der ist ja... Alter, was geht hier ab? Leute, jetzt entspann dich mal ein bisschen. Guck mal, der Wind. Hello. Moin. Jamila, bricht dir nix. Fickt euch alle. Jamila? Ja? Mann, verrückte Idee. Wie wär's denn mit umdrehen? Ach so. Kopf zuerst raus. Könnte ich auch machen, ja. Jamila, ich glaub, du gehst in die falsche Richtung. Wo soll ich denn hin? In die andere Richtung. Da lang? Ja. Ja, da. Jamila, ich kann nicht schreien. Ich schreie. Wo macht er dich die ganze Zeit? Halt die Klappe da unten. Ich liebe dich auch. Ich fick dich mal. Ich will dir helfen, Leute. Ich meinst du nicht ganz. Wo muss ich denn hin? Aber hast du überhaupt die Sterne schon, Philipp? Ich hab die Sterne. Ja, such mal dann los. Ja, wohin? Wir haben da Gang. Versuch, eine andere Membrane zu finden, Jamila. Ja. Fünf, vier, drei, zwei, eins, vorbei. Wir holen euch raus. Wir machen mal Licht bei dir an. Nein! Wieso? Nein! Bitte jetzt endlich weg hier. Es ist nicht schlimm. Guck doch. Nein! Dann macht irgendwas komische Geräusche. Ich sehe nichts, Leute. Ich bin schon da. Sonja? Hey! Hi! Also ich warte jetzt hier. Muss ich irgendwo hin? Alles gut? Mein Botox noch dran? Ja, super. Ja! Wurde jemals so viel geflucht eigentlich? Ja. Ja. Christina Dimitrio war hier. Das hab ich mir schon gedacht. Ich hab so geschwitzt. Du hast es geschafft, Jamila. Komm gerne zu Xenia. Schaff, schaff. Ich steig auf dich. Ich muss nicht umgehen. Alles okay, Jamila? Ja. Hey! Hey, Philipp! Hey, Philipp! Oh! War kalt? Furchtbar. Guck mal, Philipp, da ist ein Handmikro für dich. Und da sind auch Handtücher, wenn du die alles schnappen willst. Scheiße, wenn du da mit reinreden würdest. Flippig. Und wie war's? Das war sehr nass. Mir ist so geil. Ja. Also diese Schlange, habt ihr das gesehen? Die war auf Angriffsmodus, ne? No. Ich hab so versucht und dann die Schlange so... Das waren Cousins wahrscheinlich, die von gestern. Und da hattest du ja Haie drin auch. Wirklich? Was war denn so ne Moby-Dings? Nein, Mann, das waren Störe und Karpfen. Weißt du, die haben mich gefixt die ganze Zeit. Komm, wir lernen mal das Säckchen aus. Gucken mal, wie viele Sterne ihr habt. Müssten ja vier sein. Zehn mal durch. Werft gerne nacheinander. Eins, zwei, drei, vier von acht, die Hälfte. Immerhin. Was haben die letztes Jahr an Stern erreicht? Null. Aber es waren auch Dani Büchner und Elena Miras. Ich denke, dass wir stolz auf uns sein können. Das dürft ihr. Und zwar im Tiny House. Ich danke euch. Tschüss. Tschüss. Ich hab keine Ahnung, muss ich irgendwas mitnehmen? Was hängt mir denn da noch?